Wir sind in allen Dienststellen mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vertreten und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite. Immer. Egal ob Studium, Praktikum, Bachelorarbeit oder Versetzung. Wir helfen gerne weiter. Auch an deinem Studienort hast du viele Dozenten und Studierende, die für dich ansprechbar sind. Außerdem sind wir im ständigen Austausch mit den GdP-Organisationen im gesamten Bundesgebiet. So gelingt uns ein einzigartiges Networking. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass in unserer Geschäftsstelle hauptberuflich zwei Volljuristen beschäftigt sind, die sich um alle Rechtsfragen rund um die Polizei kümmern. Dadurch sind wir bei allen Themen auf dem aktuellen Stand und können dich kurzfristig informieren und beraten.